Der absolute Höhepunkt, die ganze Kantate ist sehr schwarz gehalten, fast depressiv von der Haltung her. Da merke ich schon, dass ich physisch an eine Grenze komme, weil das atemlos mit der Violine im durchfliessenden Sechzehntelverlauf weitergeführt wird. Und da bin ich aber eigentlich ganz froh, dass am Schluss so ein bisschen ein schales Licht, wo plötzlich, dass die ganze Kantate, fast unerwartet, eine andere Ausrichtung bekommt. Er weiß es oft, dass die ganze Kantate ist, um ein bisschen ein bisschen zu machen. Er weiß es oft, dass die ganze Kantate ist, um ein bisschen zu machen, auch in der Er kann nicht sagen, dass es symmetrisch ist, sondern es ist ein bisschen zu entwickeln, wenn man schaut, wie er schreibt. Und das ist unglaublich beeindruckend. Wie er die Formen so beherrscht hat, dass er da moeiteloos mee kann spielen kann. Das ist eigentlich unbegreiflich. In der Largo, du hast meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Und dann, die Idee geht weiter. So the tenner singt, meine Seele wartet, wartet auf den Herrn, auf den Herrn. Und die Text, um, goes on like that until the second half, when it goes on from one day to the next and from one day to the next. So not a, not a very long amount of text for a, for a, for a broad aria. So probably I can imagine that if you sing the aria, your feeling even is that it's long. Yeah, it just, it doesn't feel a short aria, it has to be admitted. But that's what your text says as well. But exactly, so it shouldn't be any other way. I mean, there's no other option. I mean, that's what you sing. I think we've talked about this in rehearsals and the fact that this music, it isn't a rehearsal for what comes later. It's the real thing. I mean, if you look in these ensembles, every bar is different. there's a solo bar, there's an ensemble bar, there's an instrumental ritonello. Everything is integrated. And it's a great way of not only composing these texts, but also making music. Suchen nach Hilfe. Diese Fragen nach Hilfe. Und es bleibt aber eigentlich alles ein bisschen gebückt. Wenig Hoffnung. Und wo die Oboe dann so dieses Gottesgeist reinbringt und dann auch diese Erklärung und diese Veränderung. in die Stille gehen, sich selber erkennen, geholfen werden durch die göttliche Kraft. In this thing, he's turning it inwards to paint a wonderful picture of prayer in suffering. The whole thing changes where Martin was saying, you have that wonderful point where you launch. Papapapa-papa, papapa-papa-pam. og fil la lese. Albert Schweitzer in 1908 die heeft dit stuk bekeken en die zegt, ik lever honderd van de latere kantaters in als ik tien van zulke stukken terug kan krijgen dus die vindt hier een soort genialiteit in en het is het allereerste stuk wat we kennen van Bach het allereerste stuk, dat is onbegrijpelijk voor ons dat iemand dus zoveel maakt en dan beteen alles raakt dat kunnen we bijna niet begrijpen Het bouwt so marvellously on the late 17th century sound world as somebody who loves 17th century music and the way 17th century music expresses itself think of this as a sort of a crown on that musical body and it's a pretty sparkling crown really but we still have a chain of kindled like you Untertitelung des ZDF, 2020